Guten Abend liebe Leute, es ist Donnerstag und eigentlich wollte ich heute was anderes machen und dann ist der Tag ein bisschen anders geworden als ich wollte, denn eigentlich wollte ich heute ein bisschen nachmittags leddern, dann dachte ich mir, ah, TakeTV ist online, ah, leddere ich ein bisschen später, dann habe ich erstmal Essen gemacht, dann hat Pfannkuchen machen, hat eine Stunde gedauert oder so, keine Ahnung, die sind super langsam fertig geworden, habe irgendwie ein neues Rezept probiert, hat nicht so, also sie waren, sie waren sehr, sehr langsam im Fertigungsprozess, sagen wir mal. Ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, machst du noch abends eben zwei Stunden ledder und zack, 3500 MMR sind wieder zurück, mit Zerg auch noch, zwei Spiele gewonnen, lief ganz gut heute, ein Spiel verloren, alle anderen gewonnen, tip top, also das ist schon mal nice, morgen gibt es einen Cast mit Serakis zusammen, 15 Uhr, zweite Liga gibt es da, einen Spieltag nochmal und ja, hier und da kommen auch so ein paar Meldungen zurück, wann, wie, wo vielleicht Spiele gemacht worden sind, und dass ich noch ein paar Replays kriege, das ist schon ganz nice, aber es fehlen immer noch ein paar, hier und da, aber die erste Liga ist vollständig und die dritte ist vollständig, die zweite hängt das ein bisschen hinterher, das heißt, ja, wir können auf jeden Fall ein bisschen weiter casten, ich gucke mal, ob ich dann eventuell am Samstag noch ein Cast reinkriege, ich muss da ja am Samstag um 18 Uhr, glaube ich, ein Spiel pfeifen, das heißt, das könnte gut sein, dass ich irgendwie noch jemanden frage, aber vielleicht so von 12 bis 14 Uhr oder 13 bis 15 Uhr oder bis 16 Uhr oder so, ob man da irgendwie noch was macht, wird dann wahrscheinlich nicht zwei Spieltage nacheinander sein, sondern dann eben nur einer, nochmal so als, ja, Einzelding, aber dann hat man schon mal einen abgehakt, und kann noch nächste Woche dann, ja, den Rest einfach so wegmachen und ich hoffe, dass es denn nächste Woche auch klappt, wirklich alle Spiele zu haben und auch fertig zu kriegen, das Wochenende wird jetzt hoffentlich von den letzten Leuten genutzt, die noch nicht gespielt haben und dann warten wir das mal ab und, ja, ansonsten wollte ich heute noch was machen als Daily, aber das überlege ich mir dann einfach, ob ich das morgen mache oder übermorgen, aber das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist und jetzt war es das erstmal und ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, kommt gut in den Freitag und damit hoffentlich auch ein schönes Wochenende für euch alle, ich hoffe, ihr habt direkt Freitag, Wochenende, ansonsten lasst euch nicht so viel Lärgern bei der Arbeit und, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.